Wir sind richtig gut, komm, wir müssen uns anstrengen. Wir sind richtig gut dabei, Katja! Wir sind richtig gut! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich glaube... Oh! Oh, guck mal! Hey, Leute! Ich bin's, der Claudio. Und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde! Mit dabei sind Katja und DK. Hi! Hi! Ja, genau. Ihr habt gerade DK auch noch mal Sprechchen gehört. Nein, DK ist gerade nicht da. Der muss gerade was erledigen, aber er kommt gleich dazu. Ja, DK meinte zu mir, ich soll die Stimme für DK verstellen. Ja, Katja, hast du richtig gemacht. Ja, genau. Freunde, und wir beginnen auch mit dem ersten Spiel. Ich bin... Siebelzahnziger. Siehst du's in der Mitte, Katja? Ja, sehe ich jetzt gerade. Freunde, wir haben schon ein Video auf Katjas Kanal aufgenommen. Das heißt, ihr könnt rübergehen und gerne mal das Video abchappen. Da habe ich letztlich zum ersten Mal ein Witter-Update erlebt und das habe ich halt noch nie gemacht. Deswegen, Leute, müsst ihr auf jeden Fall mal abschauen. Ja, okay. Sprachen lernen. Ja, einschalten, reinschauen, genau. Ey, wir sind richtig gut dabei gerade, glaube ich, oder? Warte mal. Ja, 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 wir sind richtig gut dabei. Wie viele Punkte... Was ist deine Punkte, Katja? Äh, ich habe 16.000. Das ist da oben. Team-Punkt-Zoll. Ach so, das ist ja Team. Alter, aber das ist das Team. Oh mein Gott. Ich bin stecken geblieben. Nicht dein Ernst. Nein, wo bist du? Guck mal. Ich... Ich führe dich nicht. Also, jetzt bin ich. Jetzt bin ich da. Ich war einfach nur gerade mit dem Kopf im Eis. Ja, toll. Ey, meine Karte ist ausgegangen. Was war das denn? Okay, nochmal. Hm. Meine Karte will nicht. Dann nehme ich eine andere Karte kurz rein. Naja, dann kann ich ja erstmal für DK und für Claudio sprechen, weil Claudio gerade Probleme hat. Ja, äh... Ja, Leute, ich habe hier... Wir sind... Wir sind was? Ich bin wieder schon da. Ey, wir sind richtig gut dabei, Katja. Wir sind richtig gut. Komm, wir müssen uns anstrengen. Wir sind richtig gut dabei, Katja. Wir sind richtig gut. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, stark, DK. Finde ich auch. Hä? Oder war das jetzt Claudio? Das war Claudio. Ich habe Claudio angemacht. Ich habe dich jetzt... Ey, wir sind aber... Wir sind vorne, ne? Obwohl, oh, oh, wird jetzt knapp. Mein Gott, ich werde die ganze Zeit hier wegge... Ja! Wir haben es geschafft! Wir haben den Silbezahn-Tiger gerettet. Und was kriegen wir jetzt dafür? Jetzt bin ich gespannt. Noch mal neun? Nein. Nee. Jetzt bin ich gespannt, wie viel wir kriegen. Wir haben ja eben auch... Bei deinem Kanal haben wir 2.600 oder... 2.000, ja, ich habe... Äh, auf jeden Fall mehr. Ich habe 3.100. Ich habe 3.200 bekommen. Warum kriegst du 100? Das ist weniger als ich. Ja, weil ich, äh, auch mal stecken geblieben bin. Ich kann mir vorstellen, dass es halt deine Hand daran liegt. Ah, okay, okay. Ja, richtig gut. Also, das war das erste Minigame. Die nächsten Minigames kommen halt in 13 Tagen. Und das andere kommt in 20 Tagen. Ja. Das wissen wir leider noch nicht. Aber das passt eigentlich gut, dass wir hier sind. Wir können mal ein bisschen hier rumlaufen. Das ist extrem... Also, ich finde das extrem toll, dass die überhaupt halt irgendwas rausbringen dann quasi dann später. Ja. Und weil das ist immer so, du hast dann immer so ein Ding, du möchtest immer noch da reinschauen. Immer gucken, so, was gibt's Neues, was gibt's Neues. Aber ich finde ein bisschen schade, dass es halt am ersten Tag so eigentlich relativ wenig zu tun gibt. Weißt du? Ja, das bin ich auch. Das bin ich auch tatsächlich. Also, ich gebe es doch mal an Billy. Du kannst bei Billy halt, äh, ja, Bugs in Lebkuchen tauschen. Ich weiß, ich habe nicht... Du hast es mir schon das letzte Mal gesagt. Claudio, ich bin broke, ich habe nicht so viele Bugs. Oh, Dicke ist da. Warte mal, man kann auch... Hallo. Ich sehe gerade... Ach, Dicke, du bist da. Hi, moin. Hi. Ich sehe gerade, man kann auch nur einmal mit ihm handeln. Ja, du kannst nur einmal mit ihm handeln. Ja, der ist doch da lang geschlossen. Ja. Hä? Du kannst mit ihm nur einmal handeln. Für immer. Du kannst nur einmal mit ihm handeln. Billy sagt für immer. Lol. Na gut, dann hol ich mich schon mal das Erste hier. Ich habe mich schon mal das geholt. Katja ist auf jeden Fall sehr gut gewesen, ne? Ich dachte wirklich, dass es eine Aufnahme von mir ist. Ja, ja, ja. Ja, die drei Fans haben wir auch schon bei Katja gesehen. Also, ich muss sagen, Dicke, was sagst du zu der Fledermaus? Also, ich finde... Fledermaus Drache, Entschuldigung. Ja, stimmt. Just saying. Aber ich finde den Ball irgendwie hier, irgendwie, äh, fehl am Platz. Oder? Beluga Ball. Tausend Bugs, Mann. Also, es kommt darauf an. Oder was sagt ihr? Ich weiß... Ja, Beluga Ball passt irgendwie gerade ein bisschen gar nicht. Habe ich mir auch das gefühlt. Aber ich weiß ja nicht, was Beluga Ball ist. Ist er in der Antarktis? Also, ist er da? Warum? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Das ist einfach ein Wal. Ich kenne, dass es ein Wal ist und dass der, ähm, Findetori war. Ah, Findetori. Siehst du, das hat doch irgendwas damit Weihnachten zu tun, oder? Nein. Nein? Das ist Nemo, Junge. Ha! Gadi! Ha! Ach so, Findet... Claudio, kannst du dich bitte ein bisschen educaten und ein bisschen, äh, so Sachen dir anschauen? Ja, warum sagst du, warum sagst du Findetori? Sagt auch Findet Nemo. Ne, weil das Findetori war. Weil genau diese, wie Beluga war, war Findetori und nicht Findet Nemo. Ach so. Ach, man kann die Lebkuchen kaufen mit, äh, Robux, aber das tue ich nicht. Siebzig, hä, 70.000? Wow. War das, das ist unfair. Genau, da gibt's hier noch ein Adventskalender, die, ich erklär's dir auch nochmal, die, weil du kennst ja auch nicht. Äh, den, den gab's letztes Jahr auch, du kriegst halt dort mal einen Preis raus und wenn du dich 20 Tage reinlogst, kriegst du so einen Köder hier. Welpenköder. Ist es zufällig, oder kriegt jeder das selbe? Jeder kriegt, glaub ich, dasselbe. Aber das ist lange nicht. Ja, ich glaube, bin mir nicht sicher. So, ja, Billy, mit William haben wir gesprochen, hier die Sachen kann man sich kaufen. Oh, jetzt kommen wir zur spannenden Zeit, demnächst, sechs Tage. Das ist cool. Guck mal, hier ist keine Zahl angezeigt, vielleicht kommt das ja morgen schon. Wo denn? Hab ich schon zu dir? Hier ist ein Fragezeichen, aber da werden wahrscheinlich Pätzchen kommen, zeig mal. Und hier ist zum Beispiel, hier vorne. Und hier ist zum Beispiel keine Zahl. Ja, du hast recht, ne? Da ist keine Zahl, hier steht sechs Tage. Was seid ihr? Was seid ihr? Ja, was seid ihr? Guck mal, hier, bis demnächst sechs Tage und hier vorne 13 Tage, das heißt, ja, es kommen Pats und Items wahrscheinlich, 27 Tage, oh. Oh, und hier ist das krasseste Pad. Was glaubt ihr? Oh. Was glaubt ihr, was könnte dieses Jahr kommen? Also, ich weiß nicht, wie das die letzten Jahre waren, aber ich hoffe mir, einen kleinen Weihnachtsmann. Ja. Ja. Hey, geil, kommt mal her, tippt euch mal zu mir. Okay. Oder so kleine Elfen. Ja, kleine Elfen ist toll. Also, ich wollte was komisches sagen. Vicky, komm hoch. Du könnt hier ins Auto rennen. Arktik, hier steht Arktik Express. Komm doch rein da. Oh. Ohjen? Was ist das? Sie hat noch gar nicht weihnachtlich angezogen. Ja, müssen wir noch machen. Ach so, oder wie komme ich einfach noch raus? Ach so. Wow, Colio, danke. Wow. Wir sind jetzt raus. Okay. Sollen wir Schlittschuh fahren? Ja, ich könnte schon mal Schlittschuh fahren. Ja, doch, lass uns mal Schlittschuh fahren. Ich warte da nicht in die Nachbarschaft gehen und guck mal, wie es dort aussieht, aber ich glaube... Nee, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Nachbarschaft, oder? Ja. Genau. Ich will mal sehen, wie es dort aussieht. Ich glaube... Oh, oh, guck mal. Was denn? Dicker, komm zu mir schnell. Ich komm, ich komm, ich komm. Guck mal. Was denn? Du hast hier so viel Glück. Hier, könnt ihr... Kennst du das nicht, Dicker, erklärst du? Katja, versteht das nicht? Der hat hier drunter wieder ein Pad. Ich hab da wieder ein Pad. Und du musst dir vorstellen, es gibt es seit Anfang Oktober. Genau. Und ich hab jetzt nur ein Pad raus und er hat schon gefühlt 30 oder so. Es gibt vier Pads. Es gibt Magma Elch, es gibt Magma Schnecke und es gibt den feurigen Feuerfuchs und den Löwen. Okay. Und den Löwen zu bekommen, Katja, hast du eine 0,01-prozentige Chance. Also wirklich jetzt, 0,01. Okay. Und hast du den Löwen? Ja, nee, hab ich noch nicht. Und wir probieren es jetzt noch mal. War das jetzt krass, wenn ich im Video einen Löwen kriege? Ich denke nicht. Ach, Mann. Hab ich doch Zeit. Hab ich doch gesagt. Warum hast du so Auge? Sie hat ein dezent Auge gelegt gerade. Ja. Ich geh mal raus. Ich wollte hier überhaupt nicht irgendwelchen Löwen mehr angucken. Ich möchte mir einfach die Nachbarschaft angucken. Ja, komm, wir geh raus. Hast du mir jetzt gerade einen Feuerfuchs gegeben? Ja, merkst du aber auch früh, ne? Danke. Ja, bitte. Das ist süß. Okay, guck mal. Ich finde es cool mit dem Schnee. Ja, aber es ist schade, dass es immer noch so hier Gras ist. Weißt du, dass es so grün ist? Bin ich auch voll bei dir. Bin ich echt schade. Ja. Vielleicht kommt es aber noch. Ja, das stimmt. Vielleicht kommt es echt noch. Weil, so weißt du, wir haben hier einfach so alles grün und grün und dann so einfach mal so ein Schneeding. Ja. Okay. Aber, Katja, wusstest du, dass es ein Weihnachtshaus gibt oder so ein winterliches? Was, zeigst du dir mal? Ich hab's dir noch irgendwo. Das soll aber alt sein, ne? Ja, das ist, glaube ich, älter. Ist es Kohlkoppel? Ich glaube, das ist das hier. Guckst du euch an? Achso, das hast du? Oh, sie sieht schön aus von der Augen. Und, ich hab ja schon, wir haben schon bei Katjas Kanal gesagt, ey, Wildbett, jetzt werden auf jeden Fall wieder kommen. Ja, ich finde aber, diese Häuser, finde ich, viel zu riesig. Ich finde sogar mein Haus einfach schon schon. Aber, oh, okay, hier kann ich Schlittschuh fahren. Das ist gut. Komm her, Dickei. Ja, wo bist du? Aber wo sind die Lebkuchen? Verstehe ich nicht. Ja, stimmt. Wir brauchen kein Winterupdate hier. Wir können das hier. Und hier auf jeden Fall, man kann ja auf jeden Fall viel, viel besser fahren als bei dem, äh, anderen. Ja, nee, in der Nachbarschaft haben die nichts verändert und Pets gibt's auch noch nicht. Also, ja. Bis jetzt haben wir nur Minigames. Drei Pets. Es ist, ja, aber sagen wir mal so, Leute, 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 das ist da, wo wir es aufnehmen. Es ist gerade, es ist nicht mal Dezember. Ja, stimmt. Gerade jetzt. Ja. Es ist noch 30. November. Also, da, wo das Video rauskommt, wird es schon ein bisschen, äh, ein bisschen mehr. Es ist schon im Dezember sein. Aber wir müssen ja einfach sagen, so, Leute, es ist, es ist gerade erst angefangen. Also, ich hab, ich hab irgendwie das Gefühl schon, dass es irgendwie, keine Ahnung, 15. Dezember ist, obwohl es nicht mehr so stimmt. Aber ich bin schon seit so langer Zeit mit so einem, in so einem weihnachtlichen, äh, Stemmungen und so. Ja, weil es relativ früh angefangen hat zu schneiden, glaube ich. Ja, 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 genau. Deswegen hab ich auch irgendwie das Gefühl, dass es so, ja. Ja, ich kauf mir grad einfach die ganzen Items, weil ich denk mir so, komm, die kauf ich mir jetzt auch einfach. Gehen wir Schlittschiff fahren, oder nicht? Ja, ich könnte Schlittschiff fahren. Ich kauf mir hier grad Sachen. Oh, hier öffnet irgendwas. Dann bin ich der Einzige, der jetzt einfach geht. Ja, geh ruhig. Ist okay. Hier öffnet etwas demnächst in sechs Tagen. Was könnte ich hier sein? Das, darauf bin ich jetzt mal gespannt. Hm. Neue Ex. Ey, so langsam, aber es kann wirklich Ex jetzt kommen, weil ich hätte schon was auf die weihnachtlichen... Wie lange gibt's schon die Ex eigentlich? Seit sehr langer Zeit. Ja, wollte ich sagen. Zu langer Zeit. Ja. Na gut, aber... Ach, weißt du, was ich immer kurz... Katja hat's schon begonnen? Äh, nee. Komm, die Kälte, ich spür noch ohne zwei. Achso, ich dachte, ach, du machst das? Ich dachte, du machst das andere. Was? Achso, du wolltest Schlittschiff fahren. Ich dachte, du würdest das Mini-Event machen. So, komm. Jetzt müssen wir auch gucken, ob wir hier's schaffen. Echt? Nicht dein Ernst, ich bin schon wieder stehen geblieben. Okay, jetzt geht's gut. Okay, jetzt geht's gut. Oh, das wird so schlecht. Die Runde wird so schlecht bei mir. Durch die gelben Kügelchen fliegen. Fahren. Warte, mir werden die gar nicht angezeigt. Warte mal, ich muss zurück. Doch, doch, wir werden die angezeigt. Oh, Junge, ich bin gegen das Pinguin gefahren. Komm, geh weg da aus meinem Weg. Doch, du musst... Dicker, du musst mit dem Pinguin-Mann sprechen. Nee, hab ich nicht. Ja, das ist dein Problem. Boah, ich bin zum ersten Mal umgeblieben. Ich glaub' es nicht. Okay, 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 Claudio. Du bist gar nicht gut dabei. Ich bin gegen... Ich hab Auge auf mich selber gelegt. Ich sag, ich bin gut dabei. Und dann war ich gegen das Pinguin. Ja. PP. Katja, was ist deine Zeit? Ich bin schon richtig schlecht dabei. Ich kann mich einfach nicht umdrehen gerade. Oh, warum das denn? Ja, weil ich einfach... Dumm. Ja, es ist... Es ist keine gute Zeit. Ach, gib nicht auf. Niemals aufgeben. Ja, guck mal, du hast mich schon... Du hast mich einfach... Überholt, ich weiß. Aber ich bin auch der Beste. Vergleich einen Löwen nicht mit deiner Katze, denn ich bin ein... Denn ich bin eine Minute sechs gefahren. Aber... Ey, hier hat jemand eine Minute eins. Deswegen laufe ich noch mal. Katja. Ja. Komm, du? Ich möchte einfach nur mich einmal umdrehen, danke. Ich zeig's dir, Katja. Guck mal. Komm zu mir. Nein, ich spiele gerade. Du darfst niemals... Warte, ich hab die Idee, doch der Kuss. Wo hab ich denn das Löwenbaby her, frag ich mich gerade. Lol. Du hast ein Löwenbaby? Ich weiß auch nicht, wo ich das Löwenbaby herhabe. Wahrscheinlich gefällt mir. Von mir hab ich die Ausdauersehen gegeben. Nein, 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 das hast du nicht. So. Ja, das hier ist tatsächlich das Halloween-Update, wollte ich schon sagen. Ja, moin, Claudio. Halloween-Update. Ja, das Weihnachts-Update. Warte mal, lass mich ganz kurz zu Ende fahren. Ich werd auch noch nicht. Ich wollt nur sagen, so. Das ist so das Update jetzt gewesen. Fazit, also es muss noch einiges kommen, aber man muss auch sagen, wir wollten den 30.11. Und so, ey, morgen ist der 1. Dezember, er ist, das heißt, oder ist morgen der 1. Dezember? Ja, ne? Ja, ja, ja. Morgen ist der 1. Dezember. Das heißt, ey, noch ganz entspannt. Ich bin schon mal gut, dass wir drei Pets haben. Eine Minute zwei. Eine Minute zwei. Eine Minute zwei. Okay, krass. Okay. Ich komm noch zum letzten Zitat. Katja und Dicke, komm zu mir. Warte, ich war noch zu Ende. Nein, nein, hör auf. Oh, ich bin hier. Mann. Wo bist du denn? Ah, da bist du. Ich glaube, ich hab, ich mag keine Pinguine mehr. Katja, der will nicht. Hast du 1, 2? Ja, Katja, da steht 1. Katja, 1, 20. Nee, unten, da drunter. Nee, 1, 2, da drüber, ja. Ja, okay, da drüber, du hast recht. Einfach. Ja, Dicke, komm jetzt her. Ja, Mann, ich mag keine Pinguine mehr. Ah, Dicke, jetzt kommen endlich. Mann, das ist so. Das ist so. Ich wollte auch nur mein letztes Schlusswort geben. Und du schwitzt auch dein Leben. Junge, ich seh nicht da hochfahren. Ja, lass den einfach. Lass den einfach. Ich seh nicht, ich seh nicht, Alter. Egal. Lass das Kind, lass das Kind fahren. Okay. Los. Der war nicht am Anfang des Videos, deswegen, der muss auch nicht am Ende sein. Man teleportiert sich zuhause, ich glaube nicht. Egal. Freunde, ich würde sagen, das war es mit dem Update. Mein letztes Schlusswort ist nochmal das hier. Es kommt noch was. Katja, vergleich niemals eine Katze mit einem Löwen. Wo mache ich die Kamera aus? Freunde, checkt die beiden Kanäle auf und ich wünsche euch viel Spaß. Warte, war so schlecht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Komm, wir bleiben jetzt hier ohne ihn. Tschüss. Dad. Ich wünsche euch bei dir.